Sie haben Anspruch auf die ersten 100 Tage, aber Sie wissen wie ich, dass Sie im Grunde genommen diese 100 Tage, dass wir diese Zeit nicht haben. Lösen Sie die Probleme. Ich wünsche Ihnen dabei sehr, sehr viel Glück. Beenden Sie das Gorch-Fock-Desaster, das schwimmende Beispiel für Missmanagement, fehlender Kontrolle und Gutgläubigkeit den Staatssekretären gegenüber. Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Ministerium keine weiteren Aufträge erteilt werden ohne korrekte Ausschreibung und dass man sich nur kennen muss, um an lukrative Aufträge zu kommen. Wir haben das gerade im Berateruntersuchungsausschuss. Frau Ministerin, mehr Mittel für die Bundeswehr, besseres Management und uns gepaart mit mehr Ausgaben für die Diplomatie und der Entwicklungshilfe. Wenn Sie diesen Weg gehen, haben Sie uns an Ihrer Seite.